Beim Rücklaufen ist auch noch eins, gell? Das haben wir beim Zurücklaufen. Hier. Hier ist noch eins. Na jünger, wer ich bist. Zehn Dinger. Deine Tagebücher, zehn Stück. Ja genau, du brauchst insgesamt zehn Stück. Weil du Teile hast. Wackenteile hast alle jetzt. Wackenteile. Gibt's bloß drei. Das ist eigentlich ziemlich flott. Das ist eigentlich ziemlich flott. Wenn wir jetzt deine Attentat... ...die du brauchst, dann ist das halb so weit. Die... ...die Desinfizierung brauchst du nicht. ...die die Stabilität flott. Also gibt's noch mal Attentat, Kill und dann noch eine... ...art. Oh Also da müssen wir zurück in die Versorgung Einfach rauslaufen und dann hier Was ist die Fähne? Auf 41 Das normale Gefängnis, da kriegst du ihn noch Unter mir, alles, alles klar ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. 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 So. Darüber. Ja. 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 Weitergefahren. Ja. 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 Die musst du annehmen. Und dann müssen wir rüber. Ach so. Ja. 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 Ich bin außen. Ich muss ein bisschen gucken. Das müsste hier liegen. War da eins? Weil ich das nur im Kopf habe. Ich muss ein bisschen gucken. Nix. Dann gehen wir nun zum Skippen, das ist ein bisschen eine blöde Sache jetzt. Oh, da steigen wir zu spät, kommen wir nimmer hinein, zu spät. Das Butterbrot, Candy is beefy, Candy, wir machen nämlich gerade die Herausforderung. Nein, 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 jetzt können wir nur mitspielen. Das ist gut, dann hier, hier hoch, nein, das geht noch weiter, da können wir jetzt was mit der Grube ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Wie eine... zeigen wir ihnen doch wie unbe... sind. ... 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